Es hat sich wirklich alles verändert, weißt du? Du kennst mich nicht, wie ich früher war, aber die, die mich kennen, das ist einfach, das ist unbeschreiblich. Ich bin Andi. Ich hatte das Bild, dass damit ich mich Gott nähern kann, muss ich ein absolut perfekter Christ sein. Wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich nicht zu Gott kommen. Dann kann ich mir auch in meinem Heil nicht sicher sein. Ich habe es einfach nicht geschafft. Und diese Angst, nicht der Rette zu sein, das hat mich schon fertig gemacht. Und ich habe einfach keine Freiheit bekommen. Dass ich heute hier sitzen kann, hier bei euch, bei CrossPaint, das ist einfach ein Wunder. Mein bester Freund Alex hat mir auf einmal ein Video geschickt, eine Predigt aus der Simson-Reihe. Und ich sah dieses Video und dachte so, oh nee, das geht gar nicht.